20 Jahre Amref Austria. Im Zeichen der österreichisch-afrikanischen Freundschaft lud Amref zu seiner alljährlichen Black & White Charity ins Gwanthaus Salzburg. Gemeinsam mit afrikanischen Freunden und vielen Gästen wurde an diesem Abend vor allem auch auf die zahlreichen positiven Entwicklungen in unserem Nachbarkontinent aufmerksam gemacht. Die Anfänge Amrefs reichen zwar schon zurück bis in die 50er Jahre, doch die Zweigstelle Amref Austria wird heuer stolze 20 Jahre alt. Dem feierlichen Anlass entsprechend haben sich viele prominente Gäste beim Black & White Charity im Gwanthaus eingefunden, um mit der Hilfsorganisation so richtig zu feiern. Ja, ich bin sicher in guter Stimmung. Es hat mich gefreut, dass der Wolfgang Armbraus jetzt noch. Vorbeigeschaut hat, der seit 20 Jahren ein guter Freund ist von uns, dass die Iris Strohbecker da ist, die Barbara Zernetti ist da. Also ich glaube, es wird wieder ein schönes Familienfest. Es sind sehr viele Freunde und Förderer und auch Leute aus Afrika da, auch Läufer. Das heißt, es ist tatsächlich eine Black & White Charity, wo ein Austausch und ein Dialog stattfindet. Fritz Ecker steht felsenfest hinter Amref. Doch an diesem Abend ausnahmsweise einmal davor. Und zwar, um die Gäste durch den Abend zu begleiten. Viele der Promis, die heute hinter Amref stehen, waren selbst einmal in Afrika, um sich die Arbeit Amrefs anzusehen. Das war so, dass ich wahrscheinlich mein Leben lang eine Amrefler sein werde. Es ist einfach faszinierend, wenn man dort ist und das sieht, was diese Organisation leistet. Es ist unfassbar. Man kann es gar nicht mit Worten beschreiben. Es ist pure Ganselhaut. Erst wenn man selbst in Afrika war, merkt man, wie groß Amref eigentlich ist. Ja, zuerst merkt man, wie groß Afrika ist. Aber wie toll Amref ist, merkt man daran. Wenn man irgendwo in Ostafrika Amref erwähnt, dann haben alle eher Furcht. Auch David Brenner zeigt sich auf dem Fest als Fan der Arbeit Amrefs. Wenn man sieht, wenn man liest, wenn man hört, welche Entwicklungsprobleme es in Afrika gibt. Dass eine von 16 Frauen in Afrika bei der Geburt ihres Kindes stirbt. Zum Vergleich in Europa ist es eine von 30.000. Dann weiß man, dass hier etwas falsch läuft. Und dann geht es darum, hier etwas beizutragen. Und zwar nicht im Sinne von Almosen, sondern im Sinne von echter Partnerschaft und Freundschaft. Und das ist eigentlich die Idee von Amref. Und da soll eigentlich jeder etwas dazu beitragen. Das ist eine wunderschöne Idee. Die Kampagne Stand Up for African Mothers wird auch weiterhin im Fokus von Amref bleiben. In Kooperation mit Oliver Pinelli hat Barbara Zanetti ein gleichnamiges Lied herausgebracht, dessen Einnahmen die Kampagne unterstützen soll. Inhaltlich geht es eigentlich um das Thema der Kampagne, um die Mutter-Kindsterblichkeit und die zu senken und einfach hellhörig zu machen und den Menschen einfach zu sagen, das kann es nicht sein in der heutigen Zeit. Neben der musikalischen Darbietung präsentiert auch die gebürtige Ebnerin und in Nigeria lebende Nachwuchsmodeschöpferin Simone Monu Trachtenmode mit afrikanischen Einflüssen. Mit am Laufsteg natürlich Topmodel Iris Rottensteiner, die als Amref-Botschafterin immer noch aktiv ist. Also die Ideen, die blühen gerade furchtbar in meinem Kopf und ich hoffe, dass ihr da in nächster Zeit viel verwirklichen lasst. Und verraten magst du uns aber noch nichts, oder? Nein, das steht alles noch ein bisschen in die Sterne, aber wird schon werden. Aber Amref und du, ihr seid auf jeden Fall weiterhin Partner. Auf alle Fälle, ja. Ich bleibe ganz sicher bei Amref dabei. Niki Blandell-Brown, die schon viele Jahre die geschicke Amrefs von Kenia aus koordiniert, denkt zurück an Walter Schmidjell und die Anfänge von Amref Austria. I've known Walter since the very beginning and what was interesting, I mentioned about the relief and suddenly this man appeared in Amref in Nairobi with his beard and he was very purposeful. And the next thing, we had two lorries standing in our car park which were going up to the north of Kenya to the refugee camps. So he was always a man of action. You know, he's not somebody who says he's going to do something and doesn't do it. He always does it. Ein Mann der Tat bleibt Schmidjell weiterhin. Derzeit arbeitet Amref an einem Projekt zur Herstellung von Biltong, also nahrhaftem Trockenfleisch, um das Nahrungsmittelproblem in Afrika zu bekämpfen. Die Kampagne Stand Up for African Mothers wird natürlich ebenso weiter vorangetrieben werden. Die Kampagne Stand Up for African Mothersrà und Er индivierungen тор voncarbon Schmidjell